Ganz schön gerissen, mit dem OnTalk Mini Lautsprecher wirst du dein Übersetzungserlebnis noch weiter steigern. Du möchtest dein Übersetzungsgerät vor einem fremdsprachigen Publikum einsetzen? Dann ist dieser Lautsprecher genau das Richtige für dich. Der OnTalk Mini Lautsprecher das ideale Zubehör für Echtzeitübersetzungen in höchster Soundqualität. Mit nur einem Tastendruck kann jeder im Publikum verstehen, ohne sich anstrengen zu müssen. Das Leistungsstärkegerät verblüfft mit seinem raumfüllenden Klang sowie einem eleganten, kompakten Design mit schillernden LED-Lichteffekten. Seine Akkukapazität von 400 mAh ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu 4 Stunden. Dank seiner reibungslosen Konnektivität ist der Lautsprecher mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät koppelbar, sodass er in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden kann.